Schwarze, warze, nur ein Weilchen, bald kommt der Schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeinchen macht er Schabelfleisch aus dir. Du bist raus. Schwarze, warze, nur ein Weilchen, bald kommt der Schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeinchen macht er Schabelfleisch aus dir. Ihr sollt ein verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? Was, Tee, was, Tee, nur ein Weilchen, bald kommt der Schwarze Mann zu dir. Ich bin nicht erinnert. Ich bin nicht erinnert. Ich bin nicht erinnert. Ach, fünfzigmal kannst du den Jörn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wohnen sie denen in der Ohren. Als ob man nicht schön genug von dem Mörder zu hören kriegte. Mach dir doch. Solange man sie singen hört, dann ist man wenigstens krass an Ostrasis. Na ja, hast du wieder recht. Lierzchen. Beep! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wie heißt du denn? Eddie Beckmann. Ist sie nicht mitgekommen? Nee, mit uns ist sie nicht mitgekommen. Wie heißt du denn? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Danke schön. Die neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Oh, ein Blick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke. Ja? Haben Sie Elsa nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade vor mir die Treppe rauf gelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Sie? 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 Nein. Sie? Sie ist noch nicht wichtig. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Sie? 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 Elfie! 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 Elfie!